Und zwar von Echim, der EC35, das Driftauto, ready to run, alldraht und waterproof. Wasserlicht. Ja, es ist auch ein Gyro verbaut. Pack's aus! Ja! Okay, Stick ist in dabei und Anleitung logischerweise. Das ist das Auto! 1 zu 14, wie man schon vorher gesehen hat, allrad. Wohne! Man sieht, wir sind schon gefahren. Wir machen jetzt gerade das Auspackvideo vor dem Fahrvideo. Oh, das ist der Motor. 390er Brushed Motor. Empfänger. Und ESC in einem. Reglercombo. Das ist ein Reglercombo. Das dann ist das Servo. Servo! Akku, ist auch einer dabei. Wie gesagt, die Leder sind jetzt nicht mehr neu. Wir sind schon mal gefahren. Hat hier an der Seite Beleuchtung. Das hier an der Stöpsel ist. So hell ist es. Super hell. Geil. Da sind. Ersatzkaroklammern und Ladegerät. Und hier haben wir die Funke. Wie von Echin. Bei den anderen Modellen kann man hier Steering-Trim einstellen und Speed. An-Aus. Ganz normale Funke, wie die anderen auch. Und jetzt folgt ein spaßiges Fahrvideo, richtig? Ja. Und hier haben wir die Funke. Ja. Auf Wiedersehen. 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 Auf Wiedersehen.